Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und damit auch herzlich willkommen zum dritten Advents-Special. Wie ihr wisst, gibt es ja jeden Sonntag ein neues DIY-Video für euch, entweder für euch selbst oder auch zum Verschenken. Und für unser heutiges DIY benötigt ihr zwei Leinwände, dann zwei verschiedene Farben, die ihr ganz arg mögt und ganz viele Schmetterlinge aus Papier. Und was wir letztendlich machen, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe mir meine Leinwand auf eine Staffelei gestellt. Die Maße der beiden Leinwände sind jeweils 50x50. Ich beginne zuerst mit Schwarz. Dazu verwende ich ganz normale Acrylfarbe. Wie ihr seht, verwende ich einen sehr breiten Pinsel, weil es dadurch einfach viel schneller geht. Nachdem ich die ganze Leinwand schwarz bestrichen habe, fehlen noch die Ränder. Hierfür benutze ich einen sehr schmalen Pinsel. Und fertig ist die erste Leinwand. Kommen wir nun zur zweiten Leinwand. Diese wird ganz weiß. Ich gehe genauso wie gerade eben schon vor. In der Kamera sieht man leider sehr schlecht die weiße Farbe auf der Leinwand. Aber sie ist vorhanden. Nun ist auch diese fertig. Beide Leinwände lasse ich über Nacht trocknen. Kommen wir nun zu den Schmetterlingen. Auf die schwarze Leinwand kommen die weißen und auf die weiße Leinwand kommen die schwarzen Schmetterlinge. Ich habe die Schmetterlinge schon fertig ausgeschnitten auf Amazon gekauft. Nun knicke ich sie in der Mitte, damit sich die Flügel aufstellen. Auch die Klebestreifen waren schon dabei. Diese muss ich nur noch unten an den Schmetterlingen kleben. Zuerst lege ich mir die Schmetterlinge hin, ohne sie gleich festzukleben, um zu sehen, wie das Herz am besten aussieht. Nun beginne ich die Schmetterlinge aufzukleben. Dazu ziehe ich das Papier vom Kleber ab und drücke die Schmetterlinge auf die Leinwand. Ich habe mich dazu entschlossen, die Schmetterlinge nah aneinander zu kleben und alle in eine Richtung fliegen zu lassen. Aber das könnt ihr so machen, wie es euch am besten gefällt. Jetzt ist die Umrandung des Herzens fertig. Ich fülle nun das Herz mit ganz vielen Schmetterlingen aus, die kreuz und quer durcheinander fliegen. So, und fertig ist die erste Hälfte des Herzens. Und jetzt mache ich genau das gleiche, nur mit schwarzen Schmetterlingen auf der weißen Leinwand. Und jetzt mache ich das gleiche, nur mit schwarzen Schmetterlingen auf der weißen Leinwand. Zum Schluss klebe ich noch Schmetterlinge außerhalb des Herzens in zwei Ecken der Leinwände, damit es so aussieht, als würden diese wegfliegen. Und fertig ist mein 3D-Herz aus Schmetterlingen. So, und hier haben wir nochmal das Endergebnis. Ich bin wirklich mega zufrieden. Es hat richtig gut geklappt, deshalb, dass es über eine Stunde in Anspruch genommen hat. Und ich habe ja auch gestern schon die Leinwände gemacht. Die habe ich mit ganz normaler Acrylfarbe eingepünselt. Zum einen in weiß und zum anderen mit schwarzer Acrylfarbe. Die Acrylfarbe kriegt ihr überall, ob im Internet oder im Bastelladen oder sonst in irgendwelche Läden. Und die Leinwände habe ich in 50x50 ausgewählt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, es in anderen Maßen zu machen. Das seid ihr ziemlich offen, auch was die Farben angeht. Ihr könnt auch rot-weiße Herzen machen oder sonst was. Egal, was ihr wollt. Genauso wie die Schmetterlinge. Die habe ich von Amazon oder Amazon oder mehr, wo man sagt, bestellt. Die waren richtig cool. Die musste man sozusagen nicht mehr ausschneiden oder ausstanzen. Lediglich ein Knick hat gelangt. Und dann eben waren die Kleber noch mit dabei. Die hat man dann hinten draufgeklebt und einfach so abgezogen. Und dann konnte man das schon draufkleben. Also es war richtig geschickt. So, das war es auch schon wieder mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihn gerne dann nach unten da. Dann drehe ich noch mehr solche DIY-Videos für euch. Schaltet auf jeden Fall nächste Woche Sonntag um 12 Uhr dahin. Und dann gibt es ein neues Video von mir. Und ihr wisst ja, nächste Woche ist der 4. Advent. Das heißt, das 4. DIY-Video von mir. Und auch quasi das letzte für dieses Jahr. Werden Abonnent meines Kanals und verpasst ihr von nun an kein einziges Video mehr von mir. Schaut auch unten in der Infobox nach. Ich verlinke euch meine letzten beiden Videos. Das sind beide Videos vom Advents-Special. Zum einen mein Holzwürfel-Puzzle aus eigenen Bildern. Als auch mein Deko-Herz aus Wolle. Also unbedingt einschalten. Teilen meine Videos. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen dritten Advent. Ansonsten sehen wir uns nächsten Wochen Sonntag wieder. Bis dahin, sage ich Tschüss.